Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute nähen wir mit euch diese runde Tasche. Ich habe diese Tasche genäht für einen Kindergeburtstag als Geschenkvariante. Ihr könnt natürlich diese Tasche für allen möglichen Kram nutzen. Da passen sehr viele Sachen rein. Den Schnittmuster zu dieser Tasche findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Wir können den Schnittmuster natürlich kostenlos herunterladen, ausdrucken und ausschneiden. Und nach meiner Anleitung weiter nähen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Und nachdem wir den Schnittmuster ausgedruckt und ausgeschnitten haben, schneiden wir 4 Hauptteile aus dem Stoffzug. Zweimal spiegelverkehrt für Außentasche und zweimal spiegelverkehrt für die Innentasche. Danach schneiden wir noch zweimal den Tunnel für die Kortel oder einen Warnzug. Zuerst nehmen wir unsere zwei Rechtecke und bearbeiten diese wie folgt. Einen Zentimeter auf die linke Seite falten, diese fixieren und mit der Nähmaschine knappkantig absteppen. Danach die in der Mitte falten und ausbügeln. Nachdem wir das gemacht haben, suchen wir die Mitte und markieren diese. Achtet darauf, wie ich das im Video mache. Danach nehmen wir unseren Hauptteil, also bei mir ist das die Außentasche. Suchen gehen ebenfalls die Mitte und markieren diese mit der Steignadel. So, jetzt nehmen wir unsere zwei Rechtecke und legen diese auf die rechte Seite, Mitte zu Mitte und fixieren sie miteinander. So wie im Video ich das zeige. Nachdem wir diese fixiert haben, nähen wir das mit der Nähmaschine ungefähr 0,5 cm von der Kante ab. Genäht sieht es dann so aus. Jetzt nähen wir unsere Innentasche und legen das rechts auf rechts aufeinander und fixieren diese ebenfalls. Mit der anderen Seite von der Tasche machen wir genau das gleiche. Nachdem wir diese fixiert haben, nähen wir das mit der Nähmaschine 0,75 cm von der Kante ab. So sieht das nach dem Nähen aus. Jetzt schneiden wir unsere Nahtzugabe ungefähr auf 0,5 cm. und legen das wie folgt aufeinander. Rechte Seite auf die rechte Seite, die Nähte müssen aufeinander anliegen. Diese fixieren wir zuerst einmal an den Nähten und dann rundherum. Dabei nicht vergessen eine Wendeöffnung von ungefähr 5 bis 7 cm freilassen. Das Ganze dann steppen wir mit der Nähmaschine auf 0,7 cm ab. Wenn es fertig ist, schneiden wir die Nahtzugabe zurück und schneiden in die Naht wie folgt ein. Nachdem es fertig ist, wenden wir das durch unsere Wendeöffnung auf die rechte Seite. Danach die Naht ein bisschen ausrollen, die Wendeöffnung legen wir wie folgt ineinander und fixieren diese erstmal mit den Stecknahten. Danach könnt ihr diese entweder mit dem Matratzenstich schön zunähen oder wie ich das gemacht habe, mit der Nähmaschine knappkantig absteppen. Die Tasche bügeln wir danach richtig gut aus und legen sie wie folgt ineinander. An dieser Stelle ist unsere Tasche schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch eine Kortel oder einen Warn durch unseren Tunnel durchstechen. Das mache ich wie folgt. Dazu nehme ich eine Sicherheitsnadel und stecke das auf einer Seite in den Band ein. Dann fange ich von der einen Seite die Kortel oder den Band einzuführen. So wie ich das im Video zeige. So, wenn wir jetzt auf einer Seite angekommen sind, machen wir genau das gleiche von der anderen Seite. Und jetzt über die erste Seite durch, auf die andere Seite. So, und die Band oder Kortel ist eingesteckt. Das sieht dann so aus. Jetzt könnt ihr einfach auf den beiden Seiten einen Knoten festziehen oder wie ich es jetzt überlegt habe, einen Murmann durchziehen und damit sie nicht rausfällt, einen Knoten festziehen. So sieht es das Ganze nach den Fertigstellen bei mir aus. Jetzt könnt ihr nochmal die Tasche begutachten und für euch eure eigenen Ideen entwickeln oder natürlich auch nach meiner Einleitung diese fertigen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt mir auf jeden Fall den Daumen nach oben oder schreibt mir einen netten Kommentar, über den ich mich sehr freuen werde. Und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal, drückt auf jeden Fall die Glocke, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.